Einleitung zur Bhagavad-Gita Unser Innerstes ruft nach Selbstverwirklichung. Jede Seele findet sich wieder in einem unglaublichen Kampf zwischen den Verführungen und Verlockungen kurzfristiger Interessen und der grundlegenden Wichtigkeit spiritueller Erfüllung. Aus dem entsteht eine Gespaltenheit, ein tiefer Graben zwischen dem, was uns eigentlich vom Innersten her wesentlich ist und wie wir meistens unsere Zeit verbringen. Die Geschichte hat gezeigt, wie diese inneren Konflikte sich äußerlich manifestieren können, in sozialen Unruhen und sogar Kriegen. Um die versteckte Dynamik aufzuzeigen, beschreibt der heilige Vyasa im Mahabharata die komplexe Geschichte der psychologischen Archetypen des Menschen. Die Bhagavad-Gita ist ein philosophisches Gespräch zwischen Sri Krishna, dem ursprünglichen Gott, und Arjuna, seinem Freund und Schüler. Die Szenerie, in welchen es stattfindet, ist die große Schlacht des Mahabharata auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Da die Bhagavad-Gita nicht ein separates Buch ist, sondern nur ein kleiner Teil des Bhishma-Pharva vom Mahabharata, sind die darin erwähnten Persönlichkeiten und Hintergründe des historischen Geschehens nur im Zusammenhang verstehbar. Die Gita schildert den auf dem Thron sitzenden blinden König Tritarashtra, welcher seinen Minister Sanjaya befragt, was sich denn auf dem entfernten Schlachtfeld von Kurukshetra abspiele. Sanjaya hat von seinem Lehrer die Fähigkeit erhalten, Geschehnisse an weit entfernten Orten wahrzunehmen. Die Kämpfer der Welt haben sich nun versammelt. Die Kauravas werden von Tritarashtras ältestem Sohn Duryodhana angeführt und die Pandavas von König Yudhishthira. Arjuna, der weltbekannteste Bogenkämpfer, ist dessen jüngerer Bruder. Das Mahabharata ist die Geschichte der Pandava-Prinzen, welche das gute Gewissen repräsentieren und das bereitwillige Sich-Eingeben in die Führung Gottes, nach Harmonie mit den Kräften des Universums und der Dynastie der machtorientierten Kauravas, die für unlimitierte materielle Wünsche stehen und dem Wunsch nach Manipulation, weil man in der Besessenheit durch eigene Pläne die vor den eigenen Augen ausgebreitete Ordnung Gottes nicht mehr zu erkennen vermag. In einem Würfelspiel verlieren die Pandavas all ihren Besitz, ja sogar sich selber. In Klammer, die guten Seelenkräfte existieren nur noch latent, da sie sich verloren bzw. vergessen haben. Identitätslos wandern sie nun in der Verbannung in den Wäldern. Die ewige Seele wandert durch verschiedenste Lebensformen, heimatlos, sich selber vergessend. In der langen Zeit der Einsamkeit beginnt in den Pandavas das Selbstvertrauen in die innere Führung, in die göttliche Führung wieder zu erwachen. Das ist der Moment, wo die Seele die Treue zu den feinen und anfangs noch sehr zaghaften inneren Bedürfnissen wiederentdeckt. Mit dem Geist des Vertrauens in die Wahrheit, in Klammer Yudhishtira, göttlicher Mut, in Klammer Bhima, klarer Unterscheidungskraft, in Klammer Arjuna, hingebungsvoller Loyalität, in Klammer Nakula und innerer Stetigkeit, in Klammer Sahadev, kommen die Pandavas aus der Verbannung zurück und bringen ihr Anrecht auf das verlorene Königreich zum Ausdruck. Der blinde König Dhritarashtra, in Klammer wörtlich, der am Königreich festhält, mit seinem Sohn Duryodhana, in Klammer materielle Wünsche, die Dinge fordern, die einem nicht gehören, Duryodhana bedeutet wörtlich, schwer zu besiegen. Damit sind die nie versiegenden Wünsche nach falschem Besitz, Dingen, die uns nicht gehören, gemeint. In der Allianz mit einem falsch gerichteten Selbstinteresse, Bhishma und starken Gewohnheiten, Drona, scheinen fast unbesiegbar. Nochmal den Satz ohne die Klammern. Der blinde König Dhritarashtra mit seinem Sohn Duryodhana, in der Allianz mit einem falsch gerichteten Selbstinteresse, und starken Gewohnheiten, scheinen fast unbesiegbar. In ihrer Hoffnungslosigkeit bitten die Pandavas um göttliche Führung, in Klammer Sri Krishna. Der dramatische Höhepunkt wird erreicht, wenn die gegenüberliegenden Interessensgruppen sich konfrontieren auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, dem Lebensfeld. Auf der einen Seite die Blindheit, in Klammer die Selbstvergessenheit, mit seinen Komplizen, und auf der anderen Seite das reine Bewusstsein, das nun keine Kompromisse mit Falschheit mehr eingehen darf, auch nicht aus Mitgefühl zu ihm heraus. Die Bhagavad-Gita beschreibt nicht einen Krieg für eine bessere Welt, sondern eine Initiation ins Gottesbewusstsein. In dieser Ausgabe der Bhagavad-Gita wollen wir uns auf den uns allen ansprechenden ewigen Inhalt der Bhagavad-Gita eingehen und den historischen Hintergrund, in welcher die Bhagavad-Gita eingebettet ist, nämlich das Mahabharata weitgehend auslassen. Erstens, weil dadurch für Menschen, welche nicht so mit dem Inhalt des Mahabharata vertraut sind, unnötige Konfusionen entstehen. In der Ramengeschichte des Mahabharata tauchen so viele Namen, Geschichten und auch Sanskrit-Begriffe auf, die eigentlich nicht viel mit dem ewigen Inhalt der Gita gemein haben. Es ist eine wesentliche Aufgabe von spirituellen Suchern in unserer Zeit, einen ewigen Inhalt aus dem kulturellen Kontext herauszulösen. Wenn man dies nicht tut, verkommt ein Großteil der spirituellen Praxis zur Imitation der Folklore eines geografischen Gebietes. Das innerste Gewissen ruft aber auf zur aufrichtigen Suche nach Wahrheit. Auf dem zutiefst unbequemen Weg, dem Weg, der jegliche Trägheit meidet, gibt es keine Kochrezepte mehr, wie sie dem einfachen Gläubigen einfach ausgehändigt wurden. Und die man mit nach Hause nehmen konnte, um sie zu befolgen. Das bedeutet, dass man immer wieder aufgefordert ist, zu prüfen und sich nicht einfach Konzepte aneignet, um der Komplexität und der eigenen Nachforschung auszuweichen. Aus der Ungewissheit des Lebens heraus beginnt man nach Ersatzsicherheiten zu suchen, die man oft mit Wahrheit verwechselt. Die religiöse Version davon nennt man Volksreligion, Glaubensthesen, die selber der Ich-Identifikation entstammen. Da sie über Jahrhunderte vermittelt wurden, haben sie eine starke Wucht und sogar einen scheinbaren Wahrheitsgehalt. Der innere Weg ist nicht mehr an Strohhalmen interessiert, die vermeintlichen Halt liefern. Er führt in die Bereitschaft, allen Halt loszulassen, aus dem tiefen Grundvertrauen heraus, das darunter tragende Substanz existiert. Dort erst wohnt der wahre Gott. Es gilt zu prüfen, ob das Vermittelte einen wirklich nach innen begleitet, oder ob die Praxis aus altgelehrter Tradition aus einem mystischen Welt- und Gottesbild stammt und einem ein Gefühl von Aufgehobenheit und Sicherheit vermittelt, die nicht aus der Wahrheit stammen, sondern aus der Konkurrenz mit alter Überlieferung. Die Bhagavad-Gita sollte nicht betrachtet werden als das Gespräch zweier historischer Persönlichkeiten, sondern als ein fortwährendes Fragen und Antworten zwischen unserem tiefsten Inneren und dem ewigen Du, dem ewigen Gegenüber Gottes, Sri Krishna. Man darf sich dabei selber an die Stelle Arjunas versetzen und die Worte Krishnas als an uns direkt gerichtet empfinden. Das sind sie wirklich. Sri Krishna will uns durch seinen Gesang, Gita, effektiv ansprechen und uns aus der gewohnheitsmäßigen Indifferenz erwecken. Krishnas Worte sind an alle Menschen gerichtet. Sie richten sich auch nicht einfach nur an die Fakultät des Verstandes, sondern an den ganzen Menschen. Sie sollen unser gesamtes Wesen anrühren, den Verstand, den Willen, aber auch das Herz, die Emotionen und die Gefühle. Denn zu wahrer Spirituellentwicklung, die eine Umwandlung unseres gesamten Wesens bedeutet, müssen alle uns gegebenen Kräfte integriert werden. Die Bhagavad Gita vermittelt das Wesentlichste eines solchen grundlegenden Wandlungspfades. Sie etabliert uns wieder in unserer wirklichen Existenz und weist uns wieder hin auf unser Zuhause, dem Ort, wo wir als ewige Seelen hingehören. Die Bhagavad Gita führt eine Seele von dem Punkt an, an dem sie gerade steht, weiter, bis hin zur Welt Gottes, die keinerlei Berührung mit den Wandelwelten mehr hat. Reife und Geduld sind nötig, diesen Pfad auch vollständig begehen zu können. Die Bhagavad Gita ist ein Buch, welches eigenes Nachdenken anregt. Es ist nicht eine Information, die gelesen und als interessant oder eventuell auch als langweilig abgelegt werden soll. Man ist als Leser eingeladen, diesen Inhalt im eigenen Herzen weiterentwickeln zu lassen. Das ist die Bedeutung von heiligen Offenbarungsschriften, von Resonanz-Literatur. Sie bringt in einem etwas zu mehr klingen. Sie berührt den innersten Kern. Aber damit ist der Prozess nicht abgeschlossen. Es soll weiter klingen. Das heißt, die Gedanken sollen im Leser ihren Fortgang finden. Ohne das eigene erste Nachdenken kann man sich gar nicht mit Gott befassen oder sich ihm zuwenden. Auch intellektuelles Verstehen kann Teil der Kommunikation mit Gott sein. Krishna verlangt aber nie den Gehorsam und die absolute Folgsamkeit. Denn das wäre das Auslöschen der Freiheit des Lebewesens, welches Gottes gegenüber ist und an welchem Gott ihr wirkliches Interesse hat. Offenbarungsschrift ist zu tief für Worte. Sie ist ein hochkonzentriertes Destillat, welches durch die Reflexion im eigenen Inneren erst zugänglich wird. Selbstständiges Denken ist von uns gefordert, denn wir sind Teil desjenigen, der ein unabhängiges Denken des Wesen ist. Wenn man blind folgt, dann ist das nicht ein Zeichen der Ergebung, sondern eher von Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und Desinteresse. Auch wäre es falsch zu denken, die Bhagavad-Gita wäre ein Aufruf zur Abkehr von der Welt. Sie ist vielmehr ein Appell zur Abkehr von den Mentalitäten der Weltlichkeit. Die sehr genau analysiert werden. Niemals ist die äußere Welt zu verurteilen, sondern es gilt nur unsere Interpretation dessen zu korrigieren. Die Welt, wie sie ist, ist sicher nicht Gottes Wille, aber er lässt in ihr auch die Disharmonie mit seiner ursprünglichen Absicht zu und das Resultat ist eine Welt mit tiefen Konflikten, in der wir heute leben. Ein Kommentar zur Bhagavad Gita soll nicht nur Sachinformationen vermitteln, sondern vor allem in das Mysterium von Gottes Liebe einführen, im Leser eine Resonanz im Herzen erzeugen und schließlich eine Ermutigung zu seinem eigenen Aufbruch sein. Das wiederholende und neu komponierte Umkreisen eines Themas gleicht dem zufolge eher einer musikalischen Dichtung als einer sachlichen Abhandlung. Der Text bedarf auch einer Bemühung des Verstandes, denn Krishna sagt, dass das Absorbieren der Intelligenz in das heilige Thema auch Verehrung sei in Klammer 18.70 und Verehrung offenbart Inhalte, die menschliches Verstehen übersteigen. Letztlich aber kommt es darauf an, über den Text zu meditieren, damit er seine ihm eigene verwandelnde Kraft in jedem Leser so entfaltet, damit das spirituelle Wachstum gefördert wird. Jeder einzelne Vers der Gita ist ein Wegweiser zu dem Ziel der immer tieferen Begegnung mit Sri Krishna selber. Der Text kann anleiten und begleiten, aber den Weg muss jeder selber gehen. Heiliges Wissen ist der Weg Proviant, damit der Wanderer in Momenten der Erschöpfung und Inspirationslosigkeit wieder gestärkt weitergehen kann. Es ist ein Aufruf zu einer grundlegenden Umkehr zu einem Exodus aus der Identifikation mit der Wandelwelt. Prati Shloki Prati Akshare Nana Arthakaya In jedem einzelnen Vers und in jeder Silbe der Offenbarungsschrift sind unzählige Bedeutungen enthalten. Chaitanya Charitamrita 2.24.318 Die Bhagavad Gita vertritt keinen Ismus, obwohl sie von verschiedensten Ismen in Anspruch genommen wurde. Sie lehrt nicht einmal Dvaita Theismus oder Advaita Monismus oder irgendeine Doktrin oder Glaubensüberzeugung, sondern will die Seele erheben, begleiten und ermutigen, unabhängig von ihrem Glauben oder Ansichten.